das müsste doch eigentlich reichen das fährt was hast du vor willst du die schweine rauslassen oder was so wenn ich dann hier noch eine antriebsschiene hin baue dann wäre hier stopp ne aber eigentlich will ich dann noch ein bisschen weiter fahren hebel so so ok so 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 muss ich nochmal hin zurück fahren und gucken wollen da habe ich Spaß dran oh da habe ich so einen Spaß dran wiii hallo hallo ah ok also nur eine Schiene eingebaut und hinten dann die wiii hallo ich bin so faul ich bin so faul so ok dann haben wir hier schon mal so ein kleines ein kleines Schienenverkehr das ist gar nicht schlecht hallo hallo kleiner Schienenverkehr das ist gar nicht schlecht klar das gibt es natürlich auch im Hut ne gigantisch aber wiii jetzt stellt sich mir die Frage brauche ich diesen Zwischenbeschleuniger hier uhaa esel das geht nicht das können wir so nie machen das heißt sie brauchen ne begrenzung euren Zaun drum mir stellt sich jetzt die Frage brauche ich die hier wie weit komm ich komm ich bis hinten hin das ist die Frage nicht besonders schnell aber ich komm ein bisschen hin also komm ich mindestens wie viel hab ich gebraucht warte ich hatte 64 und 16 jetzt hab ich noch 15 üblich ich hab 65 gebraucht äh 65 also ich komm ich hab hier 2 und am ende 2 ich komm 65 in Blöcke weit Minimum also nachgerissen ich muss mal eben zurückfahren jetzt schon wieder dieser Esel auf der Bahn Esel geh weg ich will in meinen Bahnhof ich hab mich noch gar nicht über den Regen gesperrt so okay wir haben so einen kleinen süßen Schnupp hier stopp gebaut weil eben so eine Schienenbahn das heißt wenn wir jetzt was großes vorhaben brauche ich immens viel Eisen ich würde bis zur Burg fahren wollen wenn ich bis zur Burg fahren würde dann brauche ich ja boah boah ne Menge ne Menge und allein das entweder ich gehe direkt unter hier oder ich muss dann Tunnel durch die Berge bauen und alles das wäre ja Quatsch wenn ich jetzt den Weg entlang die Linie setze ist ja Quatsch dann kann ich ja laufen aber das hier finde ich schon obwohl ich finde dass zwischendrin nochmal so ein Antrieb gar nicht so verkehrt war muss ich nochmal eben ausprobieren ok so die ist jetzt am Start so gib mir das Traum und los das geht ich komme komplett rum Alter jetzt siehst du auch nur so faul sehr schön ja warte ich würde aber sagen wir machen was anderes wir sind jetzt dekadent so kann ich da noch einsteigen ja dann komme ich aber nicht mal an den Hebel dann komme ich aber nicht mal an den Hebel dann komme ich nicht mal an den Hebel ja doch ja so dann muss ich den hebel dann ich hab doch von den schmassen Nein! Okay, das ist keine gute Idee. Ey, dies ist keine gute Idee. Nein, 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 nein. Dann ist noch ein höher, glaube ich. Ja, das tut mir mal beim Aussteigen weh. So, wir müssen noch einen höheren. Aber da ist es schon übertrieben viel, oder? So. Nein. Also, warte. Das ist Quatsch. Oh, weg. Wenn wir es dekadent holen. Dann können wir uns auch hier raus. Schicke Platten machen. Irgendwann lernen wir es nochmal mit den Tasten. Irgendwann. Kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Ho, ho. Lass uns doch mal gucken, welche Möglichkeiten wir haben. Lass uns doch mal gucken, welche Möglichkeiten wir haben. Lass uns doch mal gucken. Nein. 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 Alter, ist das denn die Wirklichkeit? So. Schlüssel weg. Kann nichts mehr passieren. Hallo Lore, du musst wieder zurück in den Bahnhof. Bahnhof. Einsteigen. Gehlo. Gas. Voll faul. Ach, shit. Voll faul. Warum steigt es nicht aus? So geht viel schneller. So geht viel schneller. Nein. Aha. Siehste? Geht doch. So und jetzt muss ich hier noch... ...irgendwo Licht unterbringen. Alter, ernsthaft? Was habe ich denn hier verändert? Ah. Okay. Das war mal jetzt äh... So fackeln. Ah. Jut. Gut. Also wir haben eine kleine Bahn. Okay. Wir haben ein kleines Schienensystem. Hinschieben. Lass uns mal hier schon ein bisschen hinschieben. Drogen drauf. Wui. Hinschieben. 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 Okay, warte mal, reguläres Licht brauchen wir hier auch, so. Hallo Schafe. Okay, dann haben wir das erstmal, hm. Was für ein großes Projekt brauche ich viel Eisen? Gold habe ich noch, ne? Ja, Gold habe ich noch für die Antriebsschienen, aber brauche ich ja gar nicht so viele. Ich brauche hauptsächlich reguläre Schienen. Redstone-Fackeln kann ich noch Menge machen. Ich bin in Gedanken. Nicht wundern, warum das hier so steht. Ich befürchte, liebe Freunde. Ich muss Eisen sammeln gehen. So, wo hatte ich denn jetzt... Wieso ist meine Lore hier drin? Wieso habe ich zwei Loren? Wieso habe ich hier eine Lore drin? Ist doch egal. So, das kommt erstmal alles hier rein. Okay. Ich bin jetzt... Ich bin der Giant.